Kati Hulls feiert ihre Schwangerschaft Blühbabyshower – Kati Hulls feiert ihre Schwangerschaft In wenigen Wochen ist es endlich soweit, Kati Hulls, 29, und Ehemann Mats, 28, werden zum ersten Mal Eltern. Im Juli verkündete die Fashion-Expertin ihre Schwangerschaft und kurze Zeit später wurde auch klar, dass das Paar einen Sohn erwartet. Nun feierten Kati und Mats gemeinsam mit Familie und Freunden eine Babeparty für ihren kleinen Knirp. Ein paar Eindrücke davon teilte die 29-Jährige anschließend mit ihren Fans auf Instagram. Ein paar Eindrücke